Reise, Warrior! Männlich! Da, wie gesagt, das ist der letzte Spiel, das männlich ist! Nein! Es geht noch männlicher! Ja! Ja! Herzlich willkommen liebe Freunde! Willkommen neue Freunde, willkommen zurück alte Freunde und hallo Hater! Wer kennt den Spruch? Dislike Button! Genauso! Willkommen zu diesem Meiterraum unglaublich männlichen Let's Play! Von Volga the Viking! Ja! Ein... ...richtig krankenschweres Spiel! ... 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 Nein, ein ähm, mag ich einen Geister-Plattformer von früher. No! Verdammt! Wir können ihn bereits sehen. Wir sind Volga or the Viking! Oh! Autsch! Stirb! Ähm... Was soll da eigentlich anders laufen? So! Ja! Und so sieht das aus! Ja, man stirbt! Ja! Da beginnt man jemand, der mal Ausrüstung bekommt. Er hat mal quasi sowas wie einen Lebenspunkt. Wofür das Geld da ist? Keine Ahnung. Meinesens gibt es hier keine Shops. Das ist einfach nur zwei Punkte. Glaub ich zumindest. Ja, männlich, männlich, männlich! Es kann helfen, wenn man weiß, was einen erwartet. So! Weiter geht's! Genauso gehe ich auch mal auf Arbeit. Ja! 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 Das Spiel auf Steam! Also bei Abstand... ...frustierendsten Spiele! Kann man ruhig sagen. Ich glaube, das ist sehr, sehr frustrierend. Und das ist übrigens auch der einfache Teil des Spiels. Das wird später noch richtig, richtig schlimm. Ich weiß nicht, ich hab... ...den ersten Level geschafft. Danach kam sofort Ragequit. Ähm... Ja... ...dum, dumm, 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 dumm. Ähm... Wow, das erste Mal, dass ich den Sprung geschafft habe... ...das ist... ...seltsam. Aua! Das habe ich schlapp. Ah, zum... ...dass kann ich den drüber runterzeichen. Das ist eine Let's Rage. Was war... ...he Tenkrößen war denn... Die Hälfte ist gesammelt! Ja, und man hat sehr, sehr wenig Save-Points. Wie ihr seht. Sehr, sehr wenig. Und das ist der Grund, weshalb ich das Spiel insgesamt nur 15 Minuten bis jetzt gespielt habe. Weil ich jedes Mal nach, ich glaube die längste Zeit war um 9,5 Minuten, wo ich es durchgehalten habe, wie ich so angepisst war. Und ihr werdet jetzt oft sehen, dass ich sterbe. Sehr, sehr oft. Fliss das! Ahhhh Gut, 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 gut. Komm her, komm her, komm her! Perfekt, perfekt, genau so muttert! Jetzt kommst du wieder her, danke! Danke! Was ist das da links? Stirb! Wenn ich mir die Brust rasiere, sehe ich genauso aus! Ich glaube ich, wenn ich das so mache... ... ... Okay, okay, Erfolg, Erfolg, Erfolg! Ich hab keine Ahnung, was die Pfeile bedeuten. So, wir ehren uns, wir ehren uns, wir ehren uns. Böse Stelle, böse Stelle, böse Stelle, böse Stelle. Yes! Yes! Und jetzt, yeah! Endlich! Power of Grayskill! Das war... dumm. Was zum... Was ist noch einmal los? Sieht doch gerade noch so gut! Spiel wie selbst, du mich nicht mehr! Scheiß auf das Ding. Komm her! Ach, und... Okay, zumindest das sind schief, dann hab ich jetzt. Und ich bin noch nie so weit gekommen. Was für Geräusche? Männliche Geräusche, voll Männlichkeit! Klingt wie ne hohe... Willst du mich verhauschen? Oh mein Gott. Das... Wie frustriert mich gerade dezent! Ja, man kann auch einfach mehrere Gegner fehlen. Das geht auch. Das Spiel besteht eigentlich nur aus, ja, permanentem Sterben. Wieder anfangen und wieder sterben. Wieder anfangen und wieder sterben. Es ist trotzdem männlich. Komm her, komm her, komm her! Ha! Ich will wissen, was das da oben ist. Komm ich da irgendwie hin? Ich muss einen Weg dorthin gehen, aber ich habe keine Ahnung wie. Okay. Ha! Könnte ich jetzt irgendwie nach unten springen? Jetzt spring ich mal hier rein und gucke, was... Achso. Was war's? Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Warte mal, wenn ich das so mache... So. Ja. Nein! Oh! 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 Ich habe keine Ahnung, welche Taste das ist. Nein! Oh! 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 So, und weiter geht's, und weiter geht's. Ha, geblockt! Hör ernsthaft, ich hab keine Ahnung wie man blocken kann. Wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Wieder mal! Das heißt, wir wissen alle was gleich passieren wird. Das ist Zoom! Soll ich das auch mal erfahren? Wow! Ich wusste nicht, dass das geht! Und das Fehlen wird einfach gekonnt ignoriert. Oh! Och, Mann! Spielen! Bitte! Ich müsste hier eigentlich jetzt sicher sein? Das... Nervt. Oh! 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 Ernsthaft! Oh! 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 SCHÜTZEN! The fuck willst du mich verarschen? Okay... Okay... Wow, wir haben es geschafft! Was zum... Ach doch! ... Fallen! Ganz toll! Wir wissen alle, was das bedeutet! Das ist doch männlich! Wir wissen alle. So... Nein! Spiel, ernsthaft! Nein! Frust! Okay, das war gerade gemein. So, okay, eine gewisse Routine stellt sich allmählich ein, wie man sehen kann, aber ich bin nicht mehr ganz so scheiße. Ach ja, ich vergaß, der Schild kann ja kaputt gehen. Ich werde ein Fahrrad beduchen. Jetzt müssen wir klammern, jetzt müssen wir klammern. Ah, bitte! Was will man mehr? Außer Flächen! Liebe! Okay, das war dumm. Das war irgendwie richtig dumm gerade. Hä? Da oben? Nur Spitzen. Okay, okay. Alles cool. Alles cool. Viel zu knapp. Viel zu knapp. Ich pack das, Leute! Ich pack das! Man kann eventuell bereits sein gewissen Frust spüren. Okay. Alles machbar. Alles machbar. Alles machbar. Ernsthaft! Spiel! Wir haben einen Spiel. Mein Gott! Das ist... Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich gebe es ab und zu, aber das liegt einfach nur daran. Laten wir es es einfach! Fuck. Ich habe einen Hand quietsches. gerade so ist besser schild und kann stärkere sperrschleudern so ganz toll was das war du ich wusste gar nicht dass das geht interesse